Hallo Leute, Trimax hier. Heute gibt es wieder ein 1 gegen 1. Das letzte gegen Splatterman hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es macht einfach Laune gegen Leute zu zocken, die man kennt. Wenn man da einen geilen Kill hinbekommt, fühlt sich das einfach doppelt gut an. Ja, gegen Solution, auch ein guter Spieler, muss sogar sagen, er spielt ja auf Playstation. Er spielt auf Playstation, ich auf PC. Deswegen schaut mal rein, war nur ein kurzes 1 gegen 1 eure Meinung dazu. In die Kommentare. Ich bin gespannt, viel Spaß. Du bist noch Hecklisch? Ja gerne. Okay, dann go, ja? Go! Okay, let's go. Treffer. Oh, Hecklisch, mit dem Bubba her. 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 Ah, ja, ja Digi. Ist okay. Ah, warte kurz. So. Oh. Oh, oh. Oh. Und da holt sich Trimax wieder den High Ground. Wartet nur jetzt auf den Shotgun. Aber dann. Danny Burnout holt sich wieder den High Ground zurück. Und damit ist er in einer besseren Position als Framix. Ach, du machst Castermäßig. Okay, okay. Das akzeptiere ich noch. So, was machen jetzt die beiden Kontrahenten? Danny Burnout versucht jetzt hier mit seiner Burnout Technik einfach mal aufzusprayen. Und jetzt Trimax hier mit der Double Stare. Oh, ja. Das sieht man sonst nur. Oh. Und da fällt er. Und da fällt er. Und damit steht es hier 1 zu 0 für Danny Burnout. Oh. Oh. Alter, sieht das professionell aus. Hier von beiden Teams. Beide versuchen sich jetzt hier High Ground zu holen. Und sie sind beide gleich auf. Ebenwürdig. 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 Aber. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man nennt ihn auch den Donnerblitz. Schrei mich, Bruder. Ey. Ey. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ihr wisst das. Ihr wisst das, Leute. Ich kann so einen Fight. Den würde ich verlieren, sogar wenn er nur mit einer Hand spielen würde am Controller. Mach ich auch. Das ist das Schlimmste. Shotgun 101. Max ist so lost. Ja, schlimmer. Das habt ihr noch nicht gesehen. Spawn war am Anfang ganz gut. Ja gut. Aber dann, wenn der Gegner in mir drin steht. Ich habe auch übrigens deinen Nook genommen, glaube ich. Also auf jeden Fall deinen Mats. Ein Teil davon. Oh. Drei. Zwei. Eins. Go. Oha, da kommen die Tricks. Oh fuck. Was ist los, Alter? Oh my god. Was ist das? Ja. Das geht aber hier von Trimax. Jetzt wird es noch krasser, wenn ich ihn jetzt zu nehmen. Oh. Ich komme dann hier hoch. Danny baut solide Trimax. Max ganz unten. Aber nur einen mit nur einem Mini. Ey. Ich komme auf nichts hoch, was ich baue. Oh. Der Hit war gut. Aber ich kriege ich am Low Ground gelassen. Jetzt muss ich halt auch üben, das noch auszunutzen besser. Ah, da ist er. Auf Unehre. Komm, Ehre nehmen. Ah. Boah, Max. Ich will ihn hier snipen. Selbstverständlich. Und Danny den Burnout. Johnson. Oh, jetzt will er mit Deal, ne? Der trifft das halt, bin ich halt im Arsch. Aber wenn er kassiert, dann ist er im Arsch. Oh, Hermann schießt mich selber runter. Boah, jetzt wird es interessant. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In dem man ehre vom Blitz. Ehre genommen. Hoch 49. Hast du gesungen? Ungesungen? Ungesungen? No scope. Eieieiei. Eieiei. Eieieiei. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich würde den direkt lecker ziehen. Da muss ich eigentlich offener gehen von. Blastcopter immer im Stream. Oh no. Oh no. In jedem Chat von uns. Ehre genommen. Eieieiei. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Eieieiei. Wie fand ich da hochladen? Er ist doch schon spät, Freund. Er ist doch schon spät. Ich verliere immer die 101s, aber ich habe die coolsten Kills und am Ende ist es doch irgendwie nice. So, schaffen wir noch eins? Mir ist noch gerne drei. So ready? Ja. Okay, go. Nein, noch mehr in den Chatze. Oh. 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 Überbaut. Hey, ich komme da immer nicht hoch, ne? Oh. 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 Run bitch. Oh. Die Sound ist da so geil. Ey, da mache ich nichts. Da mache ich scheiße nochmal nichts. Das ist so witzig. Ey, du, äh, du ey. Oh. Wie sieht an... Ey, der ist zu gut. Ey, der ist zu gut. Der kann auch editieren und bauen und alles. Da bin ich lost. Warte. Warte, das Ding geht kaputt. wir werfen es und ready okay sag wenn du willst jetzt geht es wieder hoch jetzt kommt sogar noch die sau Okay. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich Dings benutzen. Oh, noch. Oh mein Gott, Max. Oh, das ist Marcel. Wo ist er hin? Ja, ich bin runtergefallen. Nee, doch nicht, ich lebe noch. 5 AP? Oh, da geht er noch. Marcel hat das Spiel gewonnen. Ja, ist geil. Ist Spaß. Das fördert richtig. Ist halt echt so. Ich liebe das gegen Leute zu spielen, die ich kenn. Das hat auch schon gegen Splatterman gebockt, das hat dich auch richtig gebockt. Ein Kill reicht auch schon, wenn er dann gut ist. Fürs Protokoll. Sehr schön. Gut gespielt. So Leute, wen habt ihr als nächstes? Wer kommt ungefähr vom Skill noch so, es ist okay, wenn er ein bisschen besser ist, aber wo ich ein 1 gegen 1 machen kann. Einige haben jetzt Hami geschrieben, das ist halt kompletter Blödsinn, wenn er da dann 250 zu 0 gewinnt, das will keiner sehen. Aber, habt ihr da welche? Schreibt es in die Kommentare. Das ist aber nicht darüber. Das ist auch schon mal良.